Hallo zusammen, wir sind heute hier in Völklingen, das ist ein altes Stahlwerk, ein Eisenwerk, falsch, und es sind auch Motivbesichtigungen, wir wollen hier den Cyberspace drehen, wir zeigen euch nachher noch ein paar Bilder. Heute ist es leider sehr kalt, hoffentlich wird es bald ein bisschen wärmer, spätestens zum Dreh, aber es ist schon alles ziemlich beeindruckend hier. Aaaaaaahhh! Aaaaaaahhh! Aaaaaahhh! Aaaaaaah! Ooi! Guck mal was geil ist. Das sieht super aus. Ja es war sehr beeindruckend, wir haben uns total gelangweilt bei Tag und total gefürchtet bei Nacht, aber ihr werdet jetzt sehen wie schön das wird im Film. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.